Wussten Sie schon, dass Sie sich bei uns auf über 120 Etagen von zwei Ausstellungsküchen inspirieren lassen können? Mustering und Küchenaktuell verbindet Seriosität und höchste Qualitätsansprüche. Okay, das war scheiße. Das sind unsere Team-7-Küche. Küche. Boah, dieses Wort Küchen, Küchen, Küchen. Das kommt viermal da drin vor. Dann vereinbaren Sie doch jetzt einfach. Und damit wir Ihnen wirklich alles zeigen können, mache ich es gleich nochmal besser. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Ihre Küche mit unseren Planern immer wieder wiederholen. Jede von uns verkaufte Küche wird von unseren eigenen hochkompetenten Mund. Alle Küchen bei uns sind mit einem Preis. Was, ich nuschel doch gar nicht. Apropos Kinder, bringen Sie Ihre gerne mit. Das hört sich an wie so ein Massenmörder. Okay, alles klar. Once again. Was soll ich sagen? Hildegard. Hildegard. Hildegard Memeti. Küchenaktuell hat sich in den letzten Jahren ganz... Küchenaktuell hat sich in den letzten... Endlich in Baden... Hier können Sie die Geräte nicht nur ausprobieren, sondern... Was ist denn hier heute los? Sonst war es ganz okay. Unsere extremen Erfolgsfaktoren? Ey, unfassbar. Könnt ihr mal ruhig sein? Was? Um den Aufenthalt bei uns im Haus so angemöglich... Angenehm. Alter, das Wort ist doch scheiße. Unter Küchenaktuell... Ach, da habe ich Telefon nicht vergessen. Scheiße. Was sage ich dann? Ich verstehe das nicht. Dass unsere Mitarbeiter Ihre Küche millimetergenau planen. Du solltest mich angucken am Ende. Ich habe dich erst angeschaut. Nein, am Ende. Zusätzlich haben wir Ruhe für Sie. Zusätzlich haben wir. Warum mache ich das immer für Sie? Hallo! Unsere Marktführerschaft ist das Ergebnis... Ich glaube, jetzt hat er ja gerade reingesprochen. Was sage ich denn da? Das war nicht gut. Das war es jetzt. Das war richtig. Das war alles richtig. Das war alles richtig.